Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Ich bin Mio Mespatin an der Sprechgarnitur und grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und habe euch ein Buch mitgebracht. Dieses Buch ist Andimon, eine Weltraum-Utopie von Angela und Karl-Heinz Steinmüller aus dem Jahre 1982. Die Story wird erzählt von einem Charakter namens Beth, der zusammen mit sieben anderen Kindern in einer total idyllischen Welt lebt. Mit Bäumen, mit Sträuchern, mit Flüssen und niedlichen kleinen Tieren und kleinen Insekten und alles wunderbar, himmelblau und alles wunderbar und schön, so wie man sich das als wunderbare Kindheit vorstellt. Und das Besondere ist, dass die Kinder nicht von Erwachsenen, sondern von Gurus und Rammers erzogen werden. Gurus und Rammers sind keine Menschen und wie ich schon sagte, keine Erwachsenen, sondern es handelt sich dabei um kybernetische Wesen, also konkret Roboter. Die darauf programmiert sind, die Kinder groß zu ziehen und auch neue Kinder über den Inkubator ranzuzüchten. Und auf jeden Fall lernen die halt viele Sachen, die kleinen Kinder und werden auch immer größer, fangen an sich Fragen zu stellen und bekommen halt regelmäßig Geschichten und Märchen von Guru erzählt. Und einer dieser Geschichten ist die Geschichte von einer blauen Kugel in einem Meer aus Schwärze und diese blaue Kugel nennt sich Erde. Und auf dieser Erde sollen ganz, 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 ganz viele Menschen leben. Und vor allen Dingen ist die Erde einfach kugelrund und schwebt einfach in diesem schwarzen Nichts. Das können sich die Kinder absolut rein gar nicht vorstellen, weil sie denken so, wo sollen denn die ganzen Menschen herkommen, wo sollen die denn bitteschön leben? Es ist überhaupt gar kein Platz für die alle. Und die ganzen Tiere und so und auch die Fotos, die Guru ihnen zeigt, glauben sie nicht wirklich. Ist ja ganz absurd alles. Und im Laufe der Zeit fangen sie an, so diese Gegend, in der sie leben, zu erkunden und kommen dann auf den Trichter. Wer kann denn von uns am ehesten, am tiefsten und am weitesten und am schnellsten buddeln? Und dann fangen sie an zu buddeln, die da für sich selber so als Competition gegeneinander. Mit der Zeit stellt sie natürlich raus, dass einige schneller und besser buddeln können als andere. Und haben dann natürlich einige keinen Bock mehr und hören dann auf. Bis auf Gamma, eine der Personen, die hat einfach, ist einfach neugierig. Was ist denn da unten? Was ist denn nun, wenn wir einfach mal weiter buddeln? Und stichelt die anderen an, so von dem Motto, wenn wir das jetzt einfach mal zusammen buddeln, dann kommen wir viel tiefer, als wenn wir gegeneinander buddeln. Die anderen gehen erstmal, dann, dann muss ich so, pfff, gehen erstmal schwimmen und so, aber Gamma buddelt weiter. Und irgendwann kommen die anderen auf den Trichter, ach, warum machen wir nicht einfach mal mit, so zum Spaß. Und sie buddeln und buddeln und buddeln und buddeln und kommen mal tiefer, so zwei, drei Meter. Und plötzlich stoßen sie an eine Wand. Eine harte Wand, durch die sie nicht durchkommen. Und durchaus enttäuscht, müssen sie natürlich dann aufgeben. Im Nachgang erkunden sie noch weiterhin die Welt, in der sie halt leben, bis eines Tages sie Guru mal mitnimmt. Und zwar zu einem Ausgang aus dieser Welt. Und sie gehen halt durch und kommen dann in lauter quadratische Boxen. Wir würden ohne weiteres jetzt sagen, das sind alles Zimmer aus metallenen Wänden. Aber woher wollen die Kinder das denn wissen? Die kennen ja nichts anderes außer Gras und Bäume und Tiere. Und plötzlich sagt dann Guru so, dass sie dort eines Tages leben werden, um die ganzen Gerätschaften zu bedienen. Und sie können sich das gar nicht vorstellen, warum sollte man in solchen Boxen leben wollen? Aber Stück für Stück bringt sie Guru immer näher ran an diese Technik. Macht sie auch vertraut mit dem sogenannten Totaloskop. Das ist ein Gerät, mit dem sie Szenen von der sagenumwobenen Erde halt sich anschauen können. Aber auch nicht alles. Was sie nicht erfahren ist, warum ist das, was da hier ist, überhaupt? Und was ist das überhaupt? Und die ganzen Eintragungen und die ganzen Erfahrungen, die sie über dieses Totaloskop, was wirklich so ein Full Reality, Virtual Reality Ding ist, mit dem sie wirklich komplett alles wahrnehmen können in einer anderen Welt, die halt in ihr Bewusstsein reinprojiziert wird. Darüber können sie halt relativ schnell Sachen lernen. Aber wie gesagt, die ganzen Einträge, die dort in dem Totaloskop vorhanden sind, gehen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und sie können sie nicht erklären, warum. Eines Tages nimmt sie Guru halt mit in die Kommandozentrale. Und da stellt sich heraus, die wohnen gar nicht in einer idyllischen Welt, die wohnen in einem Raumschiff. Und dieses Raumschiff hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist ein Planet in einem fernen Sonnensystem, das so langsam am Horizont auftaucht. Und dieser Planet heißt Andimon. Und keiner weiß, was sie da überhaupt sollen. Keiner weiß, was sie da jetzt konkret erwartet. Und im Laufe der Zeit denken sie sich dann so, Mensch, vielleicht können wir ja da leben. So wie die ganzen Typen, die wir im Totaloskop sehen, die auf dieser sagenumwobenen Erde leben sollen. Und kommen dann eines Tages dann auch dort an, inzwischen total fertig ausgebildet und auch mit richtig viel Wissen, kommen an, wollen auf dem Planeten runter und merken, der ist kein bisschen bewohnbar. Zu absolut keinem bisschen. Und nur ist die Frage, was machen sie jetzt dort? Woanders hinfliegen geht nicht, so viele Ressourcen hat das Raumschiff nicht mehr. Also bleibt ihnen eigentlich nur eine Möglichkeit. Und das ist in der Hauptsache die Grundprämisse der Geschichte. Und etwa so, na, 40% des Buches? So kommen noch richtig sehr viele interessante Sachen. Die Geschichte an sich ist über einen Zeitraum von so 30, 40 Jahren erzählt und immer so in kleinen Häppchen, also so Kurzgeschichten, so kleine Szenen, die so sich in dem Laufe der Zeit halt abspielen. Man bekommt so fragmentartig Stück für Stück ein komplettes Bild präsentiert, davon wie sich das Ganze entwickelt. Die beiden Autoren, Angela Steinmüller, sie ist Diplom-Mathematikerin, und Karl-Heinz Steinmüller, er ist Diplom-Physiker und Philosoph, haben mit diesem Buch ihr Erstlingswerk vorgelegt. Vorher hat Karl-Heinz Steinmüller schon in Eigenregie eine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht, die ich in einer späteren Episode auch nochmal rezensieren werde. Und in diesem Buch haben die beiden das erste Mal gemeinsam einen Roman verfasst. Das Buch, als es rauskam, schlug ein wie eine Bombe und war wirklich ein Riesenerfolg, weil die beiden versuchen, mit ihren Büchern sehr viel Grundlagenwissen auch wirklich einzubringen. Also es ist wirklich sehr stark fundiert. Man merkt halt, dass die beiden wirklich ein sehr umfangreiches Wissen zu den Themen haben. Und das zeigt sich auch darin, dass sie außerhalb ihres literarischen Schaffens auch Sachbücher herausbringen über Zukunftsforschung beispielsweise und ich kann ja mal ein bisschen was aus der Wikipedia zitieren, Grundlagen und Methoden der Zukunftsforschung von Karl-Heinz Steinmüller konkret oder Vision 1900, 2000, 2100, eine Chronik der Zukunft gemeinsam mit Angela Steinmüller und etliches weiteres. Und Karl-Heinz Steinmüller konkret macht auch Vorträge noch zum Thema. Das merkt man halt wirklich ernsthaft an an den Büchern und konkret auch an Andi Monn. Andi Monn ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr beeindruckendes Buch. Ich habe ja schon erzählt, dass es aus hauptsächlich Kurzgeschichten besteht und dass es nicht so ein bisschen so das eigentliche, das einzige hauptsächlich beeindruckende Andi-Buch, sondern die Story ist so unglaublich riesig und hyperdimensional, also einfach episch, dass es auf der anderen Seite auch gleichzeitig verwunderlich ist, wie nüchtern und einfach die Geschichten erzählt werden von den Steinmüllers. Also nicht so mit großem Pomp und wir müssen jetzt so richtig ordentlich draufhauen auf den Haufen mit den ganzen Worten, die wir so zur Verfügung haben, sondern es erzählt die Geschichte einfach schlicht und konzentriert sich dabei auf das Wesentliche. Denn die Geschichte an sich, in sich, ist eigentlich schon episch genug, dass halt eine einfache Sprache die Epik eigentlich ja fast noch stärker hervorhebt, als wenn es jetzt eine hyperpoetische Sprache wäre. Insofern ist es ein relativ einfach zu lesendes Buch. Gleichzeitig ist es aber von der Dimension her so riesig, dass es Anfänger, die sich mit dem Thema das erste Mal auseinandersetzen, vielleicht noch ein bisschen überfordern könnte. Aber wenn man so zwei, drei andere Science-Fiction-Bücher gelesen hat aus dem Bereich, dann kommt man da relativ gut mit klar und hat auch sehr viel Spaß an der ganzen Philosophiererei und an der Theoretisiererei, wie halt Menschen, die nicht auf der Erde aufgewachsen sind und die auch nicht durch die Erde direkt geprägt wurden, versuchen, eine eigene Gesellschaft aufzubauen und versuchen, mit sich selber klarzukommen, ohne dass es Eltern gibt, die sie so direkt jetzt leiden könnten, wie wir es jetzt beispielsweise in unserer Erziehung bekommen haben und genossen haben. Das Buch ist 1982 im Verlag Neues Leben in der Reihe Bazar erschienen und im Rahmen der Gesamtwerksausgabe der Steinmüllers nochmal im Jahr 2004 als überarbeitete Fassung und mit ausführlichem Nachwort nochmal im Chaiot Verlag. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und bekommt von mir fünf von fünf möglichen Stanislaw Lemms. Das war's mit der ersten Ausgabe von Fantastica. Weitere Informationen wie die ESPN und Bezugsmöglichkeiten für das Buch findet ihr in den Shownotes zur Sendung auf fantastica.mespotine.de. Dort könnt ihr auch, wenn ihr Kommentare und Fragen und Anregungen zur Sendung habt oder auch Vorschläge, welche Bücher ich noch unbedingt rezensieren soll, die könnt ihr dort posten in den Kommentaren zum Blog-Eintrag. Und ich habe ja in der letzten Ausgabe, also in der Ausgabe nur ja für euch versprochen gehabt, das Ganze auch mit Video zu machen. Das muss ich noch ein bisschen schieben, denn ich habe einfach gemerkt, die Kameras, die ich habe, sind einfach noch nicht tauglich dafür. Das heißt, da muss ich euch noch ein bisschen vertrösten mit, aber das wird in Zukunft auch noch kommen. Aber bis soweit ist, könnt ihr ja durchaus das Ganze als Audio-Podcast euch abonnieren, subskribieren und das konkret auf der Seite fantastica.mespotine.de, aber auch unter iTunes. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, uns auf Facebook folgen, dort unter facebook.com.phantastica.podcast. Den Link findet ihr auch auf der Webseite zur Sendung. Ja, und uns da beglücken mit vielen weiteren Anregungen. Das war es dann soweit. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch, Mio Mespotin, an der Sprechkarnitur. Bis zum nächsten Mal. Das war es dann soweit. 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 Vielen Dank.